Wenn du den fängst, musst du mich zum Essen einladen. Okay, wenn du den fängst, darfst du heute nur noch barfuß laufen. Wenn du den fängst, darfst du dich eine Woche nicht duschen. Wenn du den nicht fängst, hast du einen Schluch. Okay, wenn du den fängst, musst du mir all deine Lavabars schenken. Null. Okay, wenn du den fängst, geht das Video viral. Ja, moin.